Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6 und heute testen wir mal den neuen Armbrustschützen. Der wurde nämlich im letzten Update gebufft und wir gucken uns heute mal an wie gut der ist. Ich habe hier mal eine Custom Map rausgesucht, das ist eine Map von Battles 5 glaube ich, also nicht von Battles 5, sondern von Bloons Tower Defense 5. Ich dachte mir, wir gucken uns das Ganze mal hier auf dieser Karte an. Das finde ich ganz cool mal ein bisschen abwechslungsreiche Karten zu haben, deswegen bauen wir jetzt hier auch direkt unseren ersten Crossbow Master. Ich finde es halt overall einfach ein bisschen nicer, anstatt dass ich immer Cubism oder so nehme oder zum Beispiel Meadows oder so, also immer diese Standardkarten. Ist auf Dauer finde ich persönlich langweilig und deswegen werde ich jetzt öfter so ein paar Custom Maps nehmen. Außer ihr sagt halt, ihr findet das blöd, dass ich so Custom Maps nehme, ich soll bei den richtigen Maps bleiben. Dann würde ich dann natürlich auf euch hören, aber ich denke die Mehrheit von euch ist auch dafür, dass ich mal so ein paar Custom Maps zeige. Ich kann euch hier auch einmal ganz schnell einblenden, was hier geändert wurde bei dem Armbrustschützen. Und zwar wurde die Range von dem Armbrustschützen erhöht um ungefähr 25% und die Kosten wurden etwas runter gemacht. Unser Ziel ist es heute zu gucken, ob wir Runde 100 mit nur zwei Armbrustschützen schaffen. Also ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen und halt Quincy, wir haben halt Quincy und also Archimisten und so müssen wir natürlich auch mit dazu rechnen. Aber ich werde hier kein extra Geld benutzen, also wir werden wirklich nur die Affen, die wir haben benutzen und das Geld, was wir haben benutzen und hier nicht irgendwie mit Bananen fahren und uns komplett hochfahren und uns ein Permagebräu oder so holen. Wir testen einfach mal wirklich, wie stark ist der Armbrustschütze jetzt wirklich gebufft worden und schaffen wir damit Runde 100 mit zwei Stück. Und wir haben jetzt gleich Runde 28, deswegen brauchen wir was gegen Bleibloons. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal direkt hier schon mal einen Alchemisten. Der macht ja, dass alle Affen Bleibloons platzen können und deswegen sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Zack, Runde 28, easy. Sehr gut. Wichtig ist halt, wo bauen wir unseren zweiten hin? Weil es ist halt, also am besten sind die ja, wenn die gerade ausschießen können, deswegen überlege ich, ob ich vielleicht hierhin hinbaue. Aber er sollte halt in Reichweite von einem Affendorf sein. Das Affendorf baue ich mal hier hin. Okay, nice. Ich höre jetzt noch Dschungeltrommeln, beziehungsweise ich hole erstmal keine Dschungeltrommeln. Ich glaube, ich baue den jetzt hier hin. Ja, wobei, ich baue den, ja, ja, ja doch hier, komm, hier so. Das müsste passen, hoffe ich. Ich glaube, wenn ich den dann komplett abgegradet habe, hat der ungefähr eine Range bis hier. Dann kann der hier reinschießen, hier, hier hinten, kommt hier vorne noch an die Ecke. Ich glaube, das ist ganz nice. Ja, guck mal, wie groß jetzt schon die Range ist. Also das haben sie auch gebufft, dass die Range halt direkt hier bei, ich glaube, bei dem Crossbow und beim Sharpshooter größer ist. Oder nur beim Sharpshooter, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe die Patchnotes gerade nicht vor Augen, aber auf jeden Fall haben sie die Range extrem gebufft vom Crossbow, was ziemlich gut ist auf jeden Fall. Ihr wollt übrigens auch immer gucken beim Crossbow, dass ihr den so platziert, dass der sehr lange geradeaus schießen kann. Also das, so wie ich den hier jetzt, das ist ein Paradebeispiel, wie man ihn nicht platzieren sollte, wie ich ihn eigentlich platziert habe. Also was halt eine gute Position wäre, wäre zum Beispiel von hier unten, hier, dass er hier hinschießen kann. Oder auch hier, dass er hier hochschießen kann, dann hier in die lange Linie und dann hier gerade nach unten. Oder hier wäre auch gut, weil er hier lang gerade schießen kann. Aber genau so ist eigentlich immer Müll, weil dann gehen die Pfeile meistens durch und kommen nicht an das Pierce Cap. Und das ist nicht so gut. Okay, das war ja komplett easy. Dann holen wir mal noch einen zweiten, aber ich will den halt auch wieder in Range. Okay, perfekt. So. Okay, nice. Und jetzt, ich glaube, wir können jetzt echt schon auf den Crossbow Master sparen. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, wir können drauf sparen. Oder wir holen nur kurz noch Primärmentoring für extra Range. Ich glaube, das mache ich kurz. Ja, okay, jetzt ist die Range halt richtig riesig, ne? Wahrscheinlich wäre hier eine bessere Position gewesen. Vielleicht positioniere ich den gleich nochmal um. Ich positioniere den jetzt nochmal um. So. Weil hier kann der halt alles abdecken, das ist halt richtig nice. Okay, und wir können den Crossbow Master jetzt sogar schon holen, weil die den Preis halt auch gesenkt haben im letzten Update. Aber ich würde sagen, bevor ich den holo, gucken wir mal, wie weit einfach zwei Sharpshooters kommen. Das ist hier jetzt eine relativ einfache Map. Ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her ist das hier eine easy Map. Aber ihr seht, also ich habe jetzt schon 27.000 gespart. Ihr könnt theoretisch jetzt ab diesem Zeitpunkt an einfach alles gehen, worauf ihr Bock habt. Und das nur mit einem Doppel-Alk-Setup, einem kleinen Village hier. Quincy und Doppel-Sharpshooter. Also, das ist schon wirklich sehr stark. Das muss man einfach sagen. Und jetzt guckt euch die Range an durch den neuen Buff. Guckt euch das an. Ich habe fast die ganze Map an Range. Das ist wirklich heftig. Also, das ist wirklich krass. Ich bin jetzt gerade noch am überlegen, wo wir am besten den zweiten Crossbow machen. Ob wir den hier behalten, weil guckt euch die Range an. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, den hier in der Mitte zu bauen, weil er dann halt fast mapweiten Radius hat. Ich denke, ich werde den nochmal umpositionieren. Ja, ich nehme den nochmal weg und packe den dann hier hin. Dann ist er immer noch in Range von allen. Und ja, dann, das ist safe besser. Ja, ja, safe. Come on. Und zählen noch 2000 ungefähr. Achso, einen stärkeren Stimulanz haben wir ja auch noch nicht geholt. Das können wir ja auch noch machen. Ich überlege, vielleicht holen wir gleich noch so Support-Affen wie einen Klebstoff-Affen oder so. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt, es geht gerade nur darum zu gucken, wie stark ist der neue Crossbow-Master. Und ist er würdig, in die aktuelle Meta mit reinzukommen. Das Ganze ist natürlich jetzt, weil wir Doppel-Crossbow machen, nichts für den Chimps-Modus. Es ist halt für alle anderen Modis relativ gut, weil er ist halt ein sehr günstiger Tier-5-Affe. 20.000 Upgrade ist halt wirklich günstig. Du kannst ihn relativ schnell am Anfang auf Tier 4 bringen, weil es halt auch sehr günstig ist. Ja, ist halt fast auf jeder Map viable. Wenn man jetzt Expert-Maps mal rausnimmt oder so, würde ich Stand jetzt gerade sagen, ist der Safe in der Meta. Guckt euch das an. Also es kommt nichts hier vom Anfang weg und ich habe kein extra Geld gebaut. Das ist wirklich mit die leichteste Strategie, die man in Bloons machen kann. Außer man macht halt eine Ninja-Alk-Strategie. Guckt euch das an. Jeder hat Quincy, jeder hat so einen Affendorf schnell auf 4-0-0 hoch. 4-2-0-Alkis hat eigentlich auch jeder. Und ein Crossbow-Master ist auch einer der ersten Tier-5-Affen, die man hat. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie krass das ist. Also ich werde jetzt mal nichts kaufen und gucken, wie weit wir kommen. Mein Guess ist es, dass wir bis Mitte der 90er-Runden ungefähr kommen, ohne dass wir da irgendwie Probleme kriegen sollten. Also das ist ja wirklich heftig. Vielleicht kann man dann nochmal gucken, ob man da vielleicht irgendwie eine geile Strategie entwickeln kann, die man dann zusammen mit dem Beast-Handler oder so kombinieren kann. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Womit wir das Ganze halt kombinieren können, wäre halt theoretisch noch, wie gesagt, eben schon der Glue-Gunner. Und zwar auf unten, auf Stufe 4, auf dem schonungslosen Kleber. Relentless Glow heißt das auf Englisch. Der hier. Der wurde nämlich im letzten Patch auch noch gebufft. Also den würde ich vielleicht auch noch raushauen, um einfach zu gucken, wie stark das ist. Aber wie gesagt, ich lasse das jetzt erstmal durchlaufen. Mein Tipp ist es, Runde 95 schaffen wir nicht. Ja, das ist mein Tipp. So, bisher alles easy. Wir sind hier jetzt in Runde 90. Jetzt gleich kommen die ersten, da waren sie schon, DDTs, instant kaputt gegangen. Und ihr seht, die sind hier so krass am Durchkritten. Das ist wirklich heftig. Wir haben mittlerweile 61, 62k gespart. Wir können vom jetzigen Zeitpunkt an jede Strategie gehen, auf die wir Bock haben. Das weiteste, was sie gekommen sind, ist bis hier. Okay, das ist jetzt das weiteste. Runde 92 kommen sie bis hier hin. Aber, also, das ist wirklich heftig. Habe ich sehr unterschätzt, diesen Tower. Das ist wirklich krass. Runde 93, auch gar kein Problem. Runde 95 werden wir auch easy schaffen. Muss ich mir gar nicht angucken. Ganz im Ernst, Leute, ich glaube, wir schaffen Runde 100. Ich glaube, wir schaffen so Runde 100. Ich glaube tatsächlich, wir können hier jetzt 150.000 Geld noch irgendwie sparen. Guckt euch das an. Die machen die so easy platt. Das ist, das ist absolut heftig. Also, wenn die jetzt Runde 95 schaffen, nächste Runde, die gefährlich wird, ist Runde 99. Wenn die jetzt easy die ganzen DDTs wegkloppen. Ja, ist schon gefährlich. Kommt weit. Kommt weit. Ich glaube, Runde 99 ist Feierabend. Oder hier schon? Ne, Runde 99 Feierabend. So, wir sind jetzt in Runde 99 und die werden durchkommen. Da gehen die Ersten durch. Okay, also, bis Runde 99 mit diesem Setup ist einfach wirklich krass. Also, da kann man sagen, was man will. Das ist richtig heftig. Und ich kaufe jetzt noch einen Radarscanner. Und kaufe hier einfach mal Moab Glue. Moab Glue auf Mitte. Und jetzt auf stärkster. Und jetzt lasse ich das einfach durchknallen. Ja, easy. Komplett easy. Keine Quincy-Fähigkeit, gar nichts. Leute, das ist, glaube ich, das günstigste. Oder eins der günstigsten Setups, die ich jemals gebaut habe, um Runde 100 zu schaffen. Von 1 bis 100. Also, das kann mir ja keiner erzählen. Das ist ja insane, was hier abgeht. Ich glaube, wir kommen sogar so mit diesem Setup, was wir hier haben, wahrscheinlich bis Runde 120. Guckt euch das an. Und der Kleber kann hier unten auch nochmal verkleben. Und hier. Ja, wir lassen das Ganze auf jeden Fall noch weiterlaufen. Also, das ist wirklich heftig. Ich will das auf jeden Fall komplett testen, was das Limit ist. Okay, never mind. Ich habe vergessen, Runde 106 ist diese Hardcore-DGT-Runde. Ich glaube, hier gehen wir in die Knie. Wobei, ich kaufe mal Relentless Clue, das Neue. Ob das vielleicht ein bisschen hilft. Und ich nutze auch die Quincy-Fähigkeit. Ja, nee, die kommen schon sehr weit. Ich glaube, hier ist Feierabend. Ich use mal hier Quincy-Fähigkeit. Beide. Nee, 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 nee. Nee, das ist Feierabend. Das schaffen sie nicht. Krass, aber... Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so weit halten. Das ist wirklich heftig. Absolut krasser Buff. Ich knalle euch hier auch nochmal ein Bild rein. Wie die Patch-Notes aussehen, könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Von dem Crossbow-Master, also von dem Armbrust-Schützen. Absolut heftiger Typ. Kann ich nur jedem empfehlen. Kompletter Meta-Affe jetzt. Der ist auf jeder Karte, die nicht komplett kurvig ist und mehrere Tracks hat, richtig gut. Ihr habt es gesehen, zwei Stück, 120K gespart, Runde 106. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit diesem kurzen Video. Falls ihr Ideen für neue Videos habt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Haut rein und ciao.